Nippel! Neapel! Nippel! Darf ich jetzt mal was anderes spielen? Schuhe, nimm was da wisch. Welches ist Sanctum? Das ist in der Mitte, oder? Sagt nicht immer, das ist in der Mitte! Das gibt's nicht, das ist in der Mitte! Das ist in der Mitte. Ich verstehe gerade da, was ich meine. Ich nehme mal einen Affe. Oder? Ja, ist möglich. Ach, keine Ahnung. Es wäre nice, wenn man die Mapquads so als Minimap sehen würde, hier unten links oder so. Ja, der ist drin. Ja, ja, das ist im Tempel. Okay, wir nennen dir Sanctumisch das im Tempel. Danke. Nein, Colchosa! Aus! Nein, aus! Blöder Affe immer, ey. Ein Chunklet würd's auch noch tun, wenn dann jemand die Schnauze voll hat und zwitschelt. Ja, ja, ja. Oder ne Pharah, haben wir ne Pharah? Oder ne Pharah, genau. Pharah zum runterwerfen. Pharah brauchen wir auch, ja. Pharah. Nein, kein Fahrer. Nein. Kein Meter Fahrer. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt. Nein, sehen die Pferde uns. Ich bin immer Fahrer. Nice. Die Schimmern ist immer Fahrer. Wir machen das. Immer nicht dann. In your face, Willow, in your face. Wo ist denn? Oh Gott, er ist in my face. Let's. Danke, dass du mich gerettet hast, Schatz. Easy. Ah. Zio hat mich getötet. Ich fühl mich so schlecht. Ah, ich brauche hier. Der baut hier seine Turrets. Drin. Wo? Hier. Wo hier? Da. Der ist tot. Der Turret. Der oben wieder. Achtung wieder auf den hinteren. Ah, ha, ha, ha. Dark, oh man. Leel. No, no, no. Don't die. No, no, no. Ah, Manni. Oh fuck, ich bin in die Ecke geflutscht. Das wollte ich nicht. Das hat das Smash verlangt. Alter. Ich frage jetzt, Willow. Haben sie die gebufft oder so? Ist jetzt das vierte Match. Willow wird mit jedem Patch gebufft. Mann, die muss weg da hinten. Wer kümmert sich um die? Unser Hanso bestimmt, oder? Ja, wir sind zu dritt da gerade. Zu dritt auf einer, Willow. Das ist gut, ja. Jawohl. Lol, ich habe aus Versehen. Ah, aber geht rein. Oh Gott. Okay, schauen. Ich habe vielleicht eventuell Scheiße gebaut gerade und eine Fähigkeit verschwendet. Ach, kann sein, dass da ein Schild steht in unserem Spawn. Kann man schon mal machen, muss man auch. Hä, das gibt es doch nicht. Diese Fotze da hinten. Ich glaube, die gehört offiziell zu den Fotzen. Oh ja. Also. Ich spiele jetzt zu Raper. Mann, die haben gleich gefunden. Okay. Schatz, ich geh mit dir rein. Die kann mir jetzt mal die Hure. Hat er nicht gesagt. Müsst du mal irgendwie koordiniert angreifen. Wir rennen alle einzeln rein hier. Ja, zieh mich ran, du Scheiße. Ich wirf dich runter. Kleiner Fähgerecht. Hey, die killt mich sogar wenn ich im King Kong Modus bin, Alter. Ja. Jetzt sagst du mal kurz warte hier, Hanna. Ja, ja. Als hätte ich nicht unendlich leben. Ah, 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 ah. Die haben Hansa und Widow klartreffen, wie alles was läuft. Jo, bist du wieder da ab und nicht durchjumper. Ich jump immer durch, dann bin ich hier. Bleib hinter mir. Ich geh jetzt vor. Oh, lol. Im Flug, Mann, die Bitch. Was ist eigentlich los? Nice. Ich glaube, ich werde verrückt, ey. Jetzt ran. Wir müssen, wir müssen mal aufm Platz jetzt. Ah. Nice, unsere Tracer klärt. Nein. Oh, oh, oh. Ja, was passiert jetzt an, so hä? Achtung. Ah, nein. Das ist keiner von uns. Achtung, Sandy hinten wieder. Hier ist mal ein paar... Kommen immer wieder alle. Achtung. Richtung... Ding. Ah, dann werde ich von hinten von Lucio gekannt. Ah. Von hinten. Von hinten. Voll von hinten. Voll von hinten. Lucio von hinten. Was für ein nobler Name. Oh Gott, die haben's. Oh Gott. Ja. Ah. Ah, ich muss rein. Colchi, ich muss rein. Ich muss rein. Der eine ist weg. Oh, Verlängerung, Verlängerung. Ich jump rein, ich jump rein. Ohhhh. Du bist runtergezappen. Nee, 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 nee. Ich? Keine Entschuldigungen hier. Ja, ist gut. Wir sind auf Platz. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Da drin ist noch... Ah, ja, ja. Wir haben einen Landzug. Ah. Renner, renner. Go, go, go. Jawohl. So. Und jetzt direkt... Ja, sehr schön. Sehr schön, ey. War vielleicht ein wenig zu früh, aber... Gleich. Also komm. Ich support euren Push ein bisschen hier vorne. Ja, der miesame Sniper ist weg. Schön. Ah, Mann. Sterben nicht alle da vorne, gell? Okay, entschuldigung. Nee, nur ich. Achso, jetzt kommt ein bracher Ticker Ray. Okay, sie kommen wieder, sie kommen wieder, sie kommen wieder. Achtung. Protect the Platz. 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 93% Protect the Platz. Nice, Schatz. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Brauch Heal. Schild steht. Kein Heal. Ja, ich bin rot. Ja, schon aufm... Oh, der Roadhog. Schon wieder vom Lips, ja. Nein! Oh, die wieder... Oh, sie haben's. Oh, sie haben's. Oh, sie haben's. Ja, die wieder macht's, gell. Die fackfotzen nur, ey. Das wird wieder Best Play, hundertprozentig. Ja. Ah, das war auch gut von ihr. Nee, das war nicht gut, das war nur nur da gestanden und geballert. Oh, man ist drauf und raus. Für Colchi ist immer alles schlecht. Aaaaaahhhhhh. Nee, die waren auch echt nicht gut. Ja? Ich hab von denen noch nie gehört, ah, die waren aber gut. so jetzt haben wir sie motiviert jetzt spiel mal richtig ja jetzt schon mal richtig ach ja es bleibt spannend ich mache gleich vollen random charge da rein so wie immer ich gerade eben war ich ja affe das war es war auch gut aber es war nicht so befriedigend wie drei von uns einen von dem alter mann reali oh lol ich bin schon wieder verstauen bevor ich überhaupt da bin die snipe an uns schild bricht da hat sie genau vor mich hingelegt habe ich sagen auf geht's kochen ist ja auch mal so eine assi wie du oh mann dieser fucking roadhawk echt der zieht mich ran ich sei ein mutter an weihnachten soll man lieber mehr der mensch machen ich kann auch zwischen du ich gehe mal noch erfahrer wir haben schon haben wir nicht schon könnte ich nicht nehmen also du dachte ich soll das war ja jetzt das kann naja ne fahrer ist keine gute idee gegen die wiederhunde weil man sie noch so gut trifft ich habe gold also wenn ihr rein wollt ich auch ja wir müssen eh rein es ist vorbei jetzt gleich los also wir müssen wir müssen wir müssen jetzt dann jetzt wir müssen dann ich das schaffe ich aber nicht mal lange aus den vier leute von uns ja jetzt sind wieder viele drin oh nein kriegloser staunen alle durch leute janker duld wie er mich ran zieht der wixer von um die ecke wieder der arbeitet auch für die folge ja verloren kann ja wohl nicht wahr sein du machen wir gleich noch mal einst du ja kann ja so nicht sie oh das hat uns ja das war da wo er gerockt hat eindeutig die straße ist ja das hört gar nicht mehr auf das hört echt geil also aufklärung ist es einer also da musst du ja diesen mehr anstrengen da hast du ungefähr eine müde gehabt ja